Dumm und unter dem Einfluss der Russen stehend. So soll US-Präsident Donald Trump Bundeskanzlerin Angela Merkel am Telefon genannt haben. Das berichtet der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf zwei nicht namentlich genannte Geheimdienstbeamte. Merkel sei nach außen hin gelassen geblieben und habe Trump Fakten entgegengehalten. Ein deutscher Regierungsbeamter habe die Anrufe CNN gegenüber als ungewöhnlich und problematisch bezeichnet, weswegen Berlin besondere Maßnahmen ergriffen habe, um sicherzustellen, dass ihr Inhalt geheim bleibe. Ein deutscher Regierungssprecher wollte den CNN-Bericht nicht kommentieren. Über Telefonate mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und Russlands Staatschef Putin will CNN erfahren haben, dass Trump selten vorbereitet in die Gespräche gegangen sei. Putin gegenüber habe er versucht, Eindruck zu schinden. Die stellvertretende Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Matthews, erklärte, Trump sei ein Weltklasse-Verhandlungsführer, der die Interessen Amerikas auf der Weltbühne konsequent gefördert habe. Auf Trumps angebliche Ausfälle gegen Merkel ging sie nicht ein. Trump sei ein Weltklasse-Verhandlung, aber auch für die Interessenrezet haben. Bekomme die Ausfälle gegen Merkel. Bekomme die Ausfälle gegen Merkel.